Jedenfalls haben wir ihn noch kennengelernt, aber nicht flink und nicht funkt, dann kann ich ihn um mich, also ist es schon besser geworden. Was heißt, ist besser geworden? Jetzt sind wir mehr zusammengekommen und dann kamen wir noch tanzen und dann sind wir noch tanzen gegangen. Und dann haben wir noch tanzen gegangen und dann haben sie getanzt und dann haben sie getanzt. Und dann ist der Echterverein gewesen und dann hat sie mich mitgenommen. Und dann ist das halt rausgekommen. Und dann ist das halt richtig passiert, dass sie noch kommen und so weiter. Ja, das ist besser geworden, das ist besser geworden. Ja, das ist besser geworden. Ja.